Was ist die Verbindung zwischen geistiger Behinderung und IQ? Geistige Behinderung und IQ hängen zusammen, da für die Diagnose ein unterdurchschnittlicher Intelligenzquotient erforderlich ist. Zusammen mit einem niedrigen IQ beinhaltet die Diagnose einer geistigen Behinderung eine verminderte Funktionsfähigkeit in der Welt und das Einsetzen von Symptomen vor dem 18. Lebensjahr. Patienten können basierend auf ihren IQ-Werten in verschiedener MR-Klossen eingedeilt werden. Zur Bestimmung des IQ können mehrere standardisierte Untersuchungen verwendet werden. Für die Diagnose einer geistigen Behinderung müssen drei verschiedene Kriterien erfüllt werden. Erstens muss sich das Einsetzen der Symptome einer beeinträchtigten kognitiven Funktion vor dem 18. Lebensjahr entwickeln. Zweitens müssen die Patienten in ihren Fähigkeiten eingeschränkt sein, ein normales tägliches Leben zu führen. Sie werden anpassungsfähiger sein und Schwierigkeiten haben, auf sich selbst zu achten und in der Gesellschaft zu funktionieren. Das letzte Kriterium für die Diagnose einer geistigen Behinderung ist eine unterdurchschnittliche intellektuelle Funktion des Patienten, wobei häufig ein IQ-Wert von 70 oder weniger als Grenzwert verwendet wird. Patienten mit geistiger Behinderung und IQ-Werten von 50 bis 70 haben eine leichte geistige Behinderung. Oft wird bei ihnen dieser Zustand nicht vor dem Schulbeginn diagnostiziert und sie müssen höhere intellektuelle Aufgaben erfüllen. Im Unterricht können diese Patienten häufig die Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben, die normalerweise mit einem Grundschüler der US-Klassenstufen 3 bis 6 verbunden sind. Sie können oft alleine leben und durch einfache Jobs Geld verdienen. Patienten mit einer geistigen Retardierung und einem IQ von etwa 35 bis 50 setzen die Patienten in den mittleren Schweregrad. Diese Patienten leben häufig in Gruppenheimen oder bei Hausverwaltungen. Einfache Fertigkeiten wie das Selbstvertrauen und das Aufpassen ihrer persönlichen Sicherheit werden oft erfolgreich gelehrt? Eine schwere geistige Behinderung, die Patienten mit einem IQ-Wert zwischen 20 und 35 umfasst, verhindert häufig, dass die Patienten selbstständig funktionieren. Obwohl einige mit schwerer MR grundlegende Fähigkeiten wie das Waschen oder Füttern selbst erlernen können, ist für die meisten eine langfristige unterstützende Pflege erforderlich. Sie entwickeln normalerweise eingeschränkte Fähigkeiten, um mit der Welt entweder verbal oder in Gebärdensprache zu kommunizieren. Patienten mit geistiger Behinderung und IQ-Werten unter 20 fallen in die Kategorie der tiefgreifenden MR. Sie können nicht für sich selbst sorgen und müssen zu jeder Zeit einer strengen Aussicht unterliegen. Oft werden diese Patienten sehr früh in ihrem Leben identifiziert. Glücklicherweise fallen nur etwa 10% aller Patienten mit geistiger Behinderung in die Schweregradklasse. Die Feststellung, ob eine Person eine unterdurchschnittliche Intelligenz hat, wird häufig mit Hilfe von IQ-Tests ermittelt. Standardisierte Untersuchungen wie die Stanford-Binet-Intelligenz-Skala, die Béchler-Intelligenz-Skala für Kinder und die Kaufmann-Bewertungsbatterie für Kinder liefern numerische Werte für den Intelligenzquotienten. In der Regel wird die IQ-Skala so festgelegt, dass eine Person mit durchschnittlicher Intelligenz eine Punktzahl von 100 erzielt, wobei die Standardabweichung auf 15 Punkte festgelegt wird. Ein Patient, der einen Wert von 70 erreicht, liegt daher zwei Standardabweichungen unter dem Durchschnitt und ist daher weniger intelligent als ungefähr 98% seiner Altersgenossen.